ja servus und willkommen zur gruppentherapie ich bin euer therapeuten mac vurago und diese therapie hier ist kostenlos wir sind hier bei let's play far cry 3 und haben jetzt gerade letzte folge den auspost genommen ein bisschen in der höhle rumspioniert und machen es weiter auf dem weg und zwar ist ja die frage zu dem funktum würde ich dann gehen und da haben wir dann auch noch missionen hier so ein bisschen was zu tun dann haben wir noch ein bisschen spaß du mich auch mein bruder und noch einmal was leute durch die gegend fahren außerdem ist der tag hell die frage wie kommen wir zu dem funktum sehen wir den überhaupt schon der befindet sich irgendwo diese richtung mal gucken da können wir eine zeit mal nutzen da ist er ja der ist ja nicht so weit weg so wir checken aus ausrüstung das sieht doch super aus da steht ein fahrzeug rum ok jungs ihr seid in ordnung ihr seid die richtigen ja servus auch sehr hübscher da zieht doch mal rein die geile aussicht hier das hat auch echt noch flair macht spaß funktum ich bin damit schon wieder abblicken funktum funktum stehen auch auto nehmen können ich habe vergessen wir haben den outpost freigenommen da sollte das ja ein bisschen safe sein hier safe also sicher so sicher müssen wir da hoch aufkommen die frage nur wie wir suchen wenn wir diesmal brauchen und auch was ballert ihr da schon wieder die arbeiten auch für die rakier glaube ich mal so wir machen jetzt hier den lager koster und letter hier schon wieder gekonnt gesprungen hier rüber so rauf hier sieht alles nicht wirklich gesund aus das ja da ist schon mal runter gekracht und weiter rauf ja wo müssen wir denn hin weiter es geht doch eigentlich kommen wir ganz gut noch vorwärts ja da drüben sind weiße bindfäden das heißt hier klettern aber die von der seite sondern ich bin gefährlich herauf zu kommen also denkt liebe kinder daran nicht auf irgendwelche messen zu klettern auch wenn die noch schöne tag sind die sind immer kacke also nicht nachmachen so pädagogischer auftrag auch gerade erfüllt und wir sind fast super dann sehen wir mal was ja angestellt ist auf das türchen hier interagieren wir mal mit dem gast auf das denk und aus es sieht so als wüsste er was er da tut einfach planlos das zeug ausruppen und abziehen gut okay immer noch lustige halle dorf das ist hier die höhle wahrscheinlich gesehen haben erst so funktoren gespeichert haben auch noch cashler verdient hier so werfen wir mal einen blick auf die karte so da ist jemand der hilfe braucht den werden wir uns auch erstmal annehmen die frage ist nun welche richtung müssen wir denn da diese da ist ja sogar das sei ich sogar schon in der richtige richtung bis schräg gespannt würde ich sagen wollte ich schon immer mal so blau blumen mitnehmen haben wir viele eine andere höhle alle fälle hier die ziege nähern wir uns mal der position man das zeit quest machen mal gucken was du für probleme hast tür öffnen drinnen kann man mit ruhe quatschen da kann nichts passieren okay ich würde zu vielleicht sterben wie gestern nacht ich dachte es wäre dann aber als ich aus dem fenster schaute sah ich ein flugzeug das über das haus flog es brannte lichter los okay sieht das aus wie die alte blind aber es ist da drüben abgestürzt okay sterben sie könnten tot sein die und rette sie ich werde nachsehen die alte ist blind richtig blind so war mal ein blick drauf hier womit wir denn hin einer flugzeug abgestürzt okay ohren offen halten merkwürdige aufgabe jetzt haben wir unser glatt einem ding verletzt hier ich hab mal gucken ob das überhaupt was wird ich habe keine ahnung wo wir hin müssen und wenn sie doch mitten im warsgebiet aber oben sind wir eigentlich relativ safe da ist es ja wir haben es gefunden aber das liegt schon bis länger da okay wollen wir mal landen ohne abgleich zu kratzen das ding liegt schon länger her okay das liegt schon definitiv länger hier der flugzeug ich habe gerade eine ganz doofe befürchtung okay was machst du hier ich wollte gerade essen kochen okay frauen darf erzählte von einem flugzeug absturz naja tut mir leid dass ich dich gestört habe das ding ist vor zehn jahren abgestürzt okay ja zerstört du kannst dir draußen noch die reste ansehen danke warst du in dem dorf in der nähe ja warum äh nichts doch das ist keine alte frau gibt die da lebt ich habe es befürchtet das war der 1a geister geschichte achte ich ach du schade wir können trotzdem einen blick werfen jetzt haben wir ja ein bisschen was freigelegte hier gibt es ja nicht und wir sind auch ein ziemlich weit weg von schuss da will ich jetzt hin das ist mir die nächste mission die waren gewonnen und das sind wir auch die richtige weg zu ähm bad town ok ok da spiele ich mit wo ist mein freund hier gibt es doch keiner mehr alles gecleanet jungs kriegt cola äh der ist hin mhm bötchen ich muss mit dir reden zum glück bist du aufgetaucht wir hatten echt ärger das habe ich gesehen mein bruder ok eigentlich ist dann doch diese richtung schön wäre ein fahrzeug gewesen ah man kann ja nicht alles haben aber diese fette geister geschichte hier und warum wollte sie alter an ihr held locken merkwürdig auch noch mal eine schicke höhle hier ja da ist was eingestürzt eindeutig hier gibt es jetzt nichts mit zu holen wir lassen uns wieder viel zu viel ablenken das ist schlimm im weltzimmer auf etwas leiseres gerät und der double take down steht immer noch auf der liste letzte folge wollte man ja ausprobieren aber da kam er war ja wie auf dem bahnhof alter da kam einer nach dem anderen angelatscht und autos ohne ende ich dachte ich spinne ich dachte ich spinne ich dachte ich spinne ok 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 da haben wir einen waran ja schalom du mich auch oh scheiße ein komodo waran was war das das ist ein wildschwein gegen komodo waran und da nur eine hütte eine hütte mal gucken was looten gibt das ist definitiv ein wildschwein oh kiste geplündert auch geplündert wobei so viel kohle braucht man ja nicht aber gut dass wir darüber gesprochen haben und wenn ich wüsste auf was die jungs ballert dann würde ich mit ballern und ein kumpel ist hin der macht immer bitte bauch gekraut haben blödes vieh ja das war einer von was spinner mit die möchte ich mich noch nicht unterhalten so schön durch das wässerchen gehen ja nicht auf der straße latschen dann kommen wir wieder zur komischen hütte die frage ob wir in die hütte wieder rein kommen würde mich ja interessieren alle fälle stehen dann auto gehen wir noch mal rein guck ob da der alte ist ne hier ist keine alte super aber auch so sprung ja rauf bringt doch gar nicht weil wir sowieso in die richtung müssen wir müssen nah da und dazu wäre es super wenn wir unten kommen könnten der werk sieht gut aus den nehmen wir den mag ich da noch mal eine hütte da schauen wir noch mal rein vielleicht gibt es ja was zu looten ok auf alle fälle ein begrüßungskommando ich weiß auch wenn der schießt könnte ich mit schießen na mein freundchen bitte auch mitspielen relativ schnell und schmerzlos weil die waren das auf 4 aber ja eine menge zu blut handgranaten geld hat ja auch gute kleine überfall ok auch sehr hübsche ging hier warum das um kurzes geräusch weiß ich auch nicht so kohle eingesackt hier noch was mitzunehmen ich habe gerade komisches geräusch gehört da haben wir noch einen freund hier die brauchen echt zwei gut aber ist egal zeit ist rum wir haben hier noch mal ein bisschen spaß gehabt mit den jungs wo der vierte abgeblieben ist weiß ich nicht der hat die Hose voll oder die Buchse geklemmt der schreit ja gerade rum egal wir machen Feierabend für heute das war es jetzt mit Let's Play Far Cry 3 ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare ob ihr Bock auf mehr Nebensquests oder was habt mehr Jagd oder sowas oder straight forwards die Hauptquests würde mich mal interessieren sonst erkunde ich und spiele einfach wie ich Bock habe sonst bleibt mir noch eins zu sagen ich bin Mac Wurago und sag Servus und Ade sections we am we passen und equal alle